Hey, in diesem Tutorial erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du den Flans Mod auf der neuesten Minecraft Version installieren kannst. Und das Ganze natürlich wie immer für Mac und Windows gleichzeitig. Falls du noch nicht weißt, was der Flans Mod ist, macht es vielleicht Sinn, dir das erstmal anzugucken. Dafür habe ich nämlich hier unten links den Ingame Part von dem Flans Mod hier verlinkt. Da zeige ich ein bisschen Mod, erkläre die Funktion und was du damit alles machen kannst. Ist vielleicht sinnvoll zuerst anzugucken, wenn du den Mod noch nicht kennst. Ansonsten zur Installation, ich werde das hier alles so erklären, dass auch jeder das versteht, auch wenn du noch keine Mod Installationserfahrung hast. Falls du aber schon viele hast, dann würde ich das hier vielleicht langweilen. Und für die Leute habe ich hier unten rechts die Installation in zwei Minuten nochmal aufgenommen und alles ganz kurz erklärt. Aber das wirklich nur dafür, wenn du schon viel Erfahrung mit Minecraft Mod installieren hast. Für alle anderen machen wir es hier Schritt für Schritt. Und zwar gehst du auf die Seite von Minecraft Mod. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist flansmod.com. Und dann wirst du gleich hier auf die Downloadseite umgeleitet oder wirst dahin gelangen. Wichtig ist, ich werde das jetzt hier für 1.7.2 vormachen. Die Art und Weise, wie ich den Mod installiere, ist aber auf allen Versionen gleich. Das heißt, auch wenn du auf 1.6 installieren willst oder 1.8, 1.9. Die Art und Weise machst du einfach so, wie ich es hier mache. Nur du lädst dir dann den Mod halt für die neue Version runter. Ja, ich lade mir den jetzt für 1.7.2 runter. Hier unten kannst du auch noch mal ältere Versionen angucken, falls du vielleicht eine ältere Version runterladen willst. Weil du zum Beispiel auf einen bestimmten Server gehen willst, denn kann ja hier das auch auf Servern spielen. Aber ich lade mir jetzt die neueste Version runter. Das würde ich dir eigentlich auch empfehlen. Und dann kommst du zu dieser AdFly-Seite und musst dir oben rechts warten 5 Sekunden. Und dann hier oben auf Werbung überspringen klicken. Jetzt labert uns da so ein Typ an. Werbung überspringen. So, und dann sollten wir gleich zu einer richtigen Download-Seite kommen, wo du hier auf Mediafire einfach noch hier auf Download klicken kannst. Und dann sollte sich dieser Flans-Mod auch schon runterladen. So, hier haben wir ihn. Jetzt kannst du dir den auf den Desktop ziehen und die Werbung natürlich wieder mal zumachen. So, hier haben wir ihn. Und dann nochmal zurückgehen, dass du wieder hoch bei der Seite vom Anfang warst. Denn jetzt müssen wir uns noch ein paar Content-Packs runterladen für den Flans-Mod. Das ist deswegen so, weil dieser Flans-Mod ist eigentlich nur ein grundlegender Mod. Und alle die Sachen, die es dann gibt, zum Beispiel Flugzeuge, Panzer, Waffen und so weiter. Das alles werden durch die Content-Packs hier hinzugefügt. Und du kannst ja aussuchen, wie viel du davon installierst. Wenn du zum Beispiel nur die modernen Waffen haben willst, installierst du dir nur das moderne Pack. Und wenn du sagst, du willst auch die World War, also Zweite-Welt-Kriegs-Waffen und Flugzeuge haben oder irgendwelche anderen Packs, dann kannst du dir auch die installieren. Alle Packs hier sind auch miteinander kompatibel. Das heißt, du kannst sie alle gleichzeitig installieren, wenn du sie auf der gleichen Version hast. Wichtig ist jetzt, du brauchst zum Beispiel für manche Packs irgendwelche anderen Packs als Voraussetzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Modern Weapons Pack mal als Beispiel nehme und dort draufklicke, dann sehe ich hier oben, Dependencies, wie auch immer, auf jeden Fall, dies braucht das Simple Pass Pack. Da musst du immer gucken, was hier oben steht, wenn hier was steht. Andere Packs brauchen zum Beispiel andere Packs als Grundlage. Das heißt, wenn ich mir diesen Modern Weapons Pack jetzt einfach mal runterladen will und dieses World War II Pack meinetwegen auch, einfach mal als Beispiel, dann gehe ich hier auf dieses Simple Parts Pack, denn das ist nämlich die Grundlage für beide, wie ich eben gezeigt habe oder gesehen habe, und klicke hier auf Download. So, dann kommt wieder die gleiche Sache mit diesem, mit dem, na, Adfly, wo wir fünf Sekunden warten müssen und so weiter. So funktioniert das mit dem Download. Wichtig nochmal, wenn du es zum Beispiel für eine alte Version runterladen willst, zum Beispiel, bei mir jetzt 1.6.4, dann gibt es hier auch nochmal die Links. Das heißt, das ist jetzt auf 1.0. Du weißt immer, dass es auf der neuen Version ist, wenn hier unten ein Link für die alte Version ist. Weil manchmal steht jetzt hier nicht, hier steht zum Beispiel jetzt nicht, dass es auf 1.7.2 ist. Das ist manchmal ein bisschen tricky. So, hier oben wieder Werbung überspringen und dann lade ich mir dieses Pack jetzt runter, hier auf Download und habe dann das Simple Parts Pack. So verfährst du mit allen anderen Packs, die du installieren möchtest. Ich werde jetzt hier zum Beispiel das Simple Parts Pack, das Modern Weapons Pack und das World War II Pack installieren. Du kannst aber auch hier andere Packs installieren. Du siehst, es gibt ganz viele. Hier unten gibt es auch nochmal mehrere Seiten, wo du durchscrollen kannst. Und wie gesagt, darauf achten, dass zum Beispiel, dass, wenn du so ein Pack hier installieren willst, dass es einmal ein anderes Pack braucht, zum Beispiel nicht mehr dieses Simple Parts Pack als Grundlage. Das kannst du auch installieren. Aber du brauchst dann auch dieses Minecraft SMP Parts Pack, was es dort auch bei diesen Packs beim Download gibt. Und auch wichtig, das ist jetzt, wäre zum Beispiel hier ein Pack für 1.6.4, also für eine Version, für die ich mir den Mod jetzt nicht runtergeladen habe. Das heißt, es würde dann auch nicht funktionieren. Du musst wirklich darauf achten, dass du die Packs für diese Version runterlädst, für die du auch den Mod runterlädst. Oder du installierst den Mod gleich auf 1.6.4, dann kannst du natürlich auch alle 1.6.4 Packs nutzen. Oder meinetwegen 1.8, das ist ja nur ein Beispiel, diese Version hier oben. Kann auch natürlich eine andere sein. So, soweit dazu. Das mit den Packs, wie gesagt, ist eigentlich der schwierigste Teil vom Download, die der richtigen auszuwählen und auch zu sehen, dass die für die richtige Version sind. Ich lad mir jetzt das Modern Weapon Pack und das World War II Pack noch runter und spule das Ganze ein bisschen vor, weil in diesem Prozess brauchst du die jetzt nicht mehr angucken, sondern kannst es selber machen. So, alles klar. Ich habe mir jetzt hier diese drei Packs runtergeladen und wenn du das auch gemacht hast und die Packs hast, die du eben installieren möchtest, dann kannst du das Ganze hier auch wieder auf klein machen. Achso, noch eine Anmerkung zu den Packs. Und zwar, das ist nicht die einzige Seite, wo es die gibt. Du siehst hier bei den Machern, das ist zum Beispiel ein Flan, dieses Pack, das hier auch, aber es gibt auch andere Macher, zum Beispiel dieser hier oder Manus. Diese Packs kriegst du auch nochmal, also alle, die nicht Flans gemacht haben, auf einer anderen Seite, nämlich diese, die ist auch in der Beschreibung verlinkt, minecraft-smp.de, das ist die offizielle Seite für diese anderen Packs, wo die hochgeladen werden. Und hier kriegst du die meisten noch auf einer neuneren Version, weil zum Beispiel der Flan, der diesen Mod eben macht, den anderen, dass der vergessen hat, die Links zu updaten bei diesen Packs. Dann kannst du nochmal hier gucken und hier sind wir mal auf die aktuelle Version oder auf der aktuellen Version. Kannst du sie auch unter Download auch runterladen, aber das Wichtigste ist vor allen Dingen, hier gibt es eine schöne Wiki, zum Beispiel diese hier. Ich klicke jetzt auf Manus Pack, dann kann ich nämlich sehen, was gibt es denn dort so alles, will mir angucken, was im WW2 Pack zum Beispiel drin ist. Ich sehe dann hier die ganzen Items und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf so einen Panzer oder so draufklicke, dann kann ich mir auch angucken, wie er gecraftet wird hier unten oder auch wie viel Schaden er wo ja vertragen kann, bis er kaputt geht. Und wenn du jetzt sagst, ja wie, ist ja alles schon gut, aber wie macht man jetzt zum Beispiel dieses Gewehr, dann kannst du auch dort wieder draufklicken und hast hier dieses Tutorial zu dem Gewehr mit noch ein bisschen Geschichte und so weiter. Das ist schön und gut und ja, durch diese Wiki kannst du dir auch nochmal viele Kraftrezepte ja raussuchen oder ja mal angucken. Hier gibt es ganz viele verschiedene Packs, zum Beispiel auch vom Flans Mod. Allerdings mit diesen Kraftrezepten, das ist vor allen Dingen bei dem Manus Pack, weil der das auch gemacht hat, diese Seite oder weil der diese Seite macht, sehr weit vertreten, da kannst du sehr schön alle Kraftrezepte sehen. Bei anderen Packs sieht es manchmal ein bisschen schwieriger aus. Jetzt habe ich auf das Bild geklickt. Soweit noch dazu, das wollte ich noch sagen und du kannst auf diese Seite eben auch andere Mods runterladen oder andere Content Packs, so rum, und zwar hier unter Downloads und dort sind die schön alle nach Versionen sortiert und kannst dann draufklicken und auch hier wieder auswählen, na, welches möchte ich dann runterladen und hier auf Download klicken, zum Beispiel. Soweit dazu, das wollte ich auch nochmal als Anmerkung sagen, als auch noch eine Alternative, wo du dir die Packs runterladen kannst. Und wie gesagt, die Wiki, sehr gut hier. So, jetzt hast du hier diese schönen drei Packs und diesen Flansmod, diese Flansmod.jar-Datei. Die müssen wir jetzt installieren und zwar gehst du dafür in deinen Minecraft-Ordner. Falls du das erste Mod ist, den du installierst, wenn du noch nicht weißt, wo der Minecraft-Ordner ist, dann kannst du dir hier oben rechts nochmal eine Nachhilfe angucken. Aber da, wenn du das einmal angeguckt hast oder einmal weißt, dann brauche ich das jetzt hier nicht nochmal erklären und ich denke mal, die meisten wissen das. Deshalb gehe ich hier einfach mal so in den Minecraft-Ordner. Wie gesagt, wenn du es nicht weißt, guck dir die Nachhilfe an. So, in deinem Minecraft-Ordner, wie du hier siehst, musst du jetzt erstmal Forge installieren, damit du einen Mods-Ordner bekommst. Forge ist ein grundlegender Mod, den man für ganz viele Mods braucht und deshalb erkläre ich nicht in jedem einzelnen Mod-Installationsvideo, dass ich mache, die Forge-Installation neu. Es kann ja auch sein, dass du die schon kennst, weil du andere Mods installiert hast. Sondern ich habe die Installation ausgegliedert hier unten links in diesem Tutorial. Dort erkläre ich, wie du Forge installierst, falls du es noch nicht weißt. Und ja, das kannst du dir einfach angucken. Wichtig, dass du Forge natürlich auch für diese Version runterlädst, für die du jetzt den Flansmod runtergeladen hast. Das heißt, wie gesagt, ich habe das jetzt hier auf 1.7.2 gemacht, also muss ich mir auch Forge für 1.7.2 holen. Wenn du dir aber den Flansmod für 1.8.5 geladen hast, dann lädst du dir natürlich auch Forge für 1.8.5 runter. Das ist wichtig, auf diese Version achten, denn sonst wird es nicht funktionieren. Das ist das Wichtigste bei Mods installieren, immer auf die Versionen achten. Das sind die Minecraft-Versionen übrigens, ne? Ich denke mal, das hast du auch schon begriffen. So, ich installiere jetzt auch mal Forge wie in dem Video und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn du und ich, wir beide Forge installiert haben. Bis gleich. Alles klar, ich habe mir jetzt Forge installiert, wie in dem Video erklärt und Minecraft einmal gestartet, denn dann hast du hier diesen Mods-Ordner in deinem Minecraft-Ordner. Das ist wichtig, denn in diesem Mods-Ordner, dort tust du jetzt diese Flansmod.jad-Datei, die wir uns runtergeladen haben, einfach per Drag & Drop rein. So, wenn die da drin ist, hast du den Flansmod schon mal sozusagen, ja, installiert. Jetzt fehlen dir aber noch diese Content-Packs. Dafür erstellst du in deinem Minecraft-Ordner einen neuen Ordner, das heißt, Rechtsklick und Neuer Ordner und den nennst du Flan. So, wie ich es hier habe und nicht anders. Genau Flan, damit du das auch lesen kannst und du gehst hier rein. In diesem Flan-Ordner fügst du jetzt deine ganzen, ja, na, Content-Packs ein, die du dir runtergeladen hast. Bei mir jetzt eben diese drei, das Parts-Pack, das World War 3-Pack und das Modern Reapons-Pack. Wenn du irgendwelche anderen Packs hast, fügst du die auch dort ein. Wie gesagt, nochmal überprüfen, hier hinten steht dann meistens auch nochmal auf die Version, auf der du dir runtergeladen hast, dass die alle wirklich auf der gleichen Version sind. So, wenn du das gemacht hast, dann kannst du Minecraft jetzt starten. Das heißt, einfach, ja, Minecraft wie immer starten. Wichtig, dass du mit dem Forge-Profil jetzt gleich auch reingehst, denn sonst wird ja der Mods-Ordner ja nicht geladen. Das heißt, hier unten bei Profil Forge auswählen. Und hier unten kannst du nochmal sehen, auf welcher Forge-Version Minecraft startet. Das muss auch diese Version sein hier, für die du den Mod runtergeladen hast. Joa, jetzt startet sich Minecraft ganz normal, wie immer. Und wenn du hier im Minecraft-Hauptmenü bist, dann kannst du hier zum Beispiel unter Mods nochmal klicken und dann siehst du hier, dass der Flamespot installiert ist. Super Sache, das heißt, es hat funktioniert. Was Minecraft hier sagt, ist ja vielleicht auch nicht ganz ganz falsch. Kannst du dir ja zu Herzen nehmen, wenn ich dir hier helfen konnte. Und ansonsten, ich kann jetzt meinetwegen auch nochmal in eine neue, in irgendeine Welt reingehen. und dann siehst du, dass ich da zum Beispiel auch irgendwelche Sachen habe aus diesem Mod, aber den wirklichen Ingame-Part, wo ich die ganzen Sachen zeige, zum Beispiel hier, wie ich hier in dem Panzer bin, das siehst du, wenn du jetzt hier unten links klickst, denn dort kommst du nämlich zu dem Ingame-Part, wo ich alle Items vom Mod nochmal erkläre oder von Packs und auch, wie du damit umgehst. Ja, also bis dahin, das war die Installation. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, schau nochmal in die Beschreibung, da habe ich unter vaku.com slash Probleme immer noch eine kleine Hilfe verlinkt oder hingeschrieben. Und ansonsten, ja, manchmal muss man sich das auch zweimal angucken. Es ist schwierig beim ersten Mal, vor allen Dingen der Flames-Mod. Ja, einfach nochmal, wie geht es jetzt, das zu gemütet fühlen, ganz in Ruhe, denn oft hat man noch irgendwas irgendwo vergessen. Ja, soweit dazu. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.